hallo schön und wieder mal ein herzliches willkommen zu einer weiteren folge von disco elysium so in der letzten folge sind wir mit geschick über eine schwelle gesprungen und sind jetzt hier in diesem raum den haben wir auch soweit abgesucht die tür kann man glaube ich nicht durchgehen siehst du und sonst gibt es hier nichts was wir machen können wir können hier wir können ja mal zehn cent einwerfen mal gucken was passiert der parat schub deine münze und scheint einen nächsten schritt abzuwarten lässt ein motorisches gedächtnis eine zufällige nummer wählen hat sogar vorsehen deine finger huschen über das tastenfeld 005 das ist die vorfall von brevat schul 4952 schließlich zögerst du kurz ehe du die letzten drei ziffern eingibst 993 es klingelt es klingelt es klingelt immer noch bis es knistert und jemand abnimmt die person sagt video revert schul ihr rund um die uhr video verleihe lemme am apparat wie kann ich ihnen weiterhelfen wahrnehmung hören diese stimme des jugendlichen am anderen ende der leitung klingt so begeistert wie die eines mannes der zum gelage schreitet wo bin ich da gelandet wo bin ich da gelandet beim video revert soll wir sind ein rund um die uhr geöffneter video verleihe und verleihen acht und zehn millimeter filme für den heimgebrauch sie sprechen mit lemme kennen sie mich nein nein das wollte ich nicht wissen mich interessiert welche bedeutung ihr laden für mich hat das weiß ich leider nicht wir sind ein video verleihe vielleicht leihen sie hier videos aus warum habe ich sie angerufen haben sie vielleicht angerufen ihre leihfrist zu verlängern müssen sie ihre leihfrist verlängern vielleicht aber ich weiß nicht einmal meinen namen wir haben erfrauen gewonnen wenn sie weitere hilfe benötigen können sie uns an der ecke volcher hauptstraße einen besuch abstatten ist jetzt klingelt es jetzt klingt er verärgert am telefon kann ich nichts für sie tun wer ist das sein gesprächspartner trennt die verbindung aus dem hörer trinkt nur noch das unangenehme tuten des abbruchssignals tut tut okay hat mir nichts hat mir nicht weiter geholfen und wir gehen wieder raus hier können wir nichts weiter machen so wir könnten den flaschen ansammeln bei fritte verkaufen ach schön da war so ein flaschenautomat glaube ich kann ich mich dunkel erinnern so wir sind wieder draußen und gehen jetzt hier lang gehen ne ich kann mir nicht überall um dich herum stehen große maschinen still kann sich auch nicht schneller bewegen die optikland ist mit weißen kiefern bedruckt beinahe wie ein verschneiter wald gehen erstmal hier oben weiter und finden hier wurden mindestens drei schachten zigaretten vernichtet zwei reichen ihre flaschen komodoro ritt und roten da komme ich nicht hin mal was das hier ist wachkabine das ist eine wachkabine an der tür steht der name rené anox ins kraft fehlgeschlagen hör mal nimm dir ruhig etwas zeit für dich das ist okay setz dich und was schnaufe mal du suchst die kabine wenn es sein muss der hotelin sieht sich um aber einsehn sich bitte hier oben sitzen wir praktisch auf dem präsentierteller dir fällt nichts verfängliches auf die aktenschränke sind sauber ihr spärlicher inhalt akribisch geordnet auf dem tisch befindet sich ein gerahmtes foto die schwarz-weiß fotografie zeigt ein junges paar auf einem straßenfest der mann ist jung dunkelhäulig und trägt die uniform eines königlichen karabinärs das mädchen lächelt ausgelassen in die kamera warum haben sie das genommen fragte lieutenant während ihr einen blick auf das foto wirft irgendwas an diesem mann weckt mein interesse ich glaube es könnte sich eine kleine nebenermittlung daraus ergeben gut er nickt aber lassen sie uns weitergehen ich will nicht dass wir hier beim herumschnüffeln beobachtet werden du setzt dich hin und ruhst dich aus der stuhl ist nicht so schmucklos wie der rest der kabine auf der sitzfläche ruht ein dünnes graues kissen das mit schwarzen schleifen befestigt ist du atmest tief ein abgestandene luft steigt dir in die nase doch in deiner lunge schwebt kein einziges staubkorn das innere der kabine ist lupenrein ok du suchst einen kleinen helferchen angesehen von alten stundenzetteln und belegen sind die schubladen leer aber in einer kleinen schachtel entdeckst du ein paar billige schmerztabletten sind kurz sind sinnvoll kurzen abgelaufen ich lese mir meine nebenwirkungen durch oh mann was soll man da anfangen erhöhtes risiko an demenz zu erkranken mini schlaganfälle propheten krankheit plötzlicher tod haarausfall erektion störungen lebensgefährliche blähungen wässriges blut schwarzer schleim unkontrollierbares weinen erhöhte anfälligkeit für iopera inoperable gelenkerkrankungen vollständige wirbelsäulen kollaps alter schwede denk dich darüber nach schnell denk an was anderes disco disco grüne arschgeile tanzmus boogie beats mein gott ich bin zu einer frau gegangen und habe tatsächlich ich will ficken ich will ficken ihn haben zu ihr gesagt zum teufel ist bloß los mit mir vielleicht war ich eine schlechte idee kim stört stürte sie ich steh auf du erhebst dich und verlässt die kabine ende so wir gehen mal weiter können wir hier runter es wird manchmal ein bisschen schwer zu näher komme ich nicht hin wir können aber hier runter gehen was haben wir denn hier was haben wir denn hier filmenlogik qualsund qualsund ist artig für walfjord ok sieht hier eine filmrolle oder ist das mal eine dose es ist ein nosapet und was ist das hier geld ach komm dann können wir uns nicht sagen die schalt kapel komm jetzt mal schon ein rostiges bedienfeld mit mehreren knöpfen zwei davon beschriftet mit alumär und etänt sind ganz abgenutzt das bedienfeld ist wohl für den großen kran über dir an seiner hakenflasche hängt ein container alumär ach so alumär an etänt aus dann drücke ich auf aus der kran steht da groß stolz steif und still ich lasse es erstmal ich klicke da jetzt mal nicht drauf wer weiß was dann passiert ok hier komme ich nicht weiter wir können aber hier lang gehen wir können aber hier lang gehen oh da liegt Geld oh was haben wir hier auf dem hafengelände ist es seltsam still die großen maschinen schlafen diese lautsprecher schweigt unten im hafen das ist Arbeit keine Arbeit ah das nervt dass das hier andauernd abgeschnitten ist oh das ist eine tasche aus der kluft vor dir steigt der starke ruf von öl und rost im vor riecht wie blut oh auch Geld sehr schön was haben wir hier thermos kann in industriegröße es riecht nach rostkaffee die rostkaffee und hier liegt noch mehr Geld er singt Container 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 bei dem Gewicht von Regen und Schnee hängt das Banner schlaff nach unten weiße Wellen auf rotem Grund soll ich hier reingehen oder soll ich mit dem quatschen bald ja bald ist nichts mehr grün und alles ist rot ich rede noch mit ihm Container 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 I'll turn your nice and red Container 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 put the law goes on er improvisiert den Text für sein Container Lied er hat einen so starken Akzent dass man unmöglich überhören kann dass er ein Ubir ist von der verschwindenden Halbinsel Ubisund Zick auf Mundi Container Container used to be well pines Container Container now belongs to Everard der schmächtige Mann ist so in seiner Arbeit vertieft dass er dich gar nicht bemerkt Hallo Everard 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 he looks after everyone well hey there how can I help you master er lächelt I see you not a union man master did you get lost you're not one of them scabs are you dein freundliches Gesicht verdunkelt sich warum sind Leute wie sie so auf Streitbrecher fixiert I mean I don't personally mind folks are just folks you know and folks gotta eat er scheint von dir keine Antwort zu erwarten just some of the other guy don't look too kindly on the scabbing kind if you know what I mean mister Sie sind aus Ubi oder Oh ja ich bin ihr Reich geboren und aufgewachsen wissen Sie meine Mutter musste meinen Vater verlassen als er ein klein wenig gewalttätig wurde sie hat uns hergebracht und die neue Welt damals war ich etwa zehn Jahre alt zu alt um meinen Akzent noch zu verlieren die Leute behaupten dass wir Ubi Unsinn mit Schafen und anderen Tieren und so weiter treiben ich will Ihnen nur versichern dass dass sowas dort wo ich herkomme nie passiert ist nein ich sage Ihnen das sind nur hässliche Gerüchte schön dass wir das geklärt haben was machen Sie mit den Containern wo sind alle wo sind denn alle im Hafen ist niemand zu sehen arbeiten Sie hier was ist in dem Container da drüben der an dem Kranausleger hängt ich suche den Anführer der Hafenarbeitergewerkschaft wo sind denn alle im Hafen ist niemand zu sehen ach die meisten Arbeiter sind da unten am Tor und verhindern dass die Streikbrecher reinkommen er lehnt sich zurück und schenkt die einen vertraulichen Blick wir streiken nämlich und zwar die ganze Gewerkschaft wenn man streiken muss man nicht arbeiten wir haben jetzt schon seit zwei Monaten nicht mehr gearbeitet es arbeitet also niemand natürlich sind nicht alle da unten lacht er Herr Evrad ist in seinem Büro wie immer und John Luke hält Wache am Tor er überlegt einen Moment aber Titus und seine Jungs waren betrug und haben sich irgendwelche in Ärger eingehandelt also hat Evrad sie schon in den Urlaub geschickt für eine Woche oder so er bricht ab wirkt aber als ob er dir mehr erzählen wollte was haben die sich denn für Ärger eingehandelt ach darüber sollte ich eigentlich nicht reden das ist eine Gewerkschaftssache er lächelt und beugt sich vor er und seine Jungs haben in der Stadt für Würfel gesorgt haben sicher zu viel getrunken und sich mit jemandem angelegt oder so ich habe gehört wie Herr Evrad sagte sie bräuchten eine Auszeit aber was haben sie ihnen getan ich nehme an dass die Jungs rauflustig waren und Dampf ablassen mussten genau das weiß ich nicht aber so sind Jungs mal er lacht wieder ich habe schon seit Schulzeiten mit niemandem mehr gekämpft na Leo bleiben wir lieber mal bei den Hardis er sieht sich er sieht dich hilfsuchend an sieh ihn dir doch an der wird eh nichts nützliches zu sagen haben kämpf nicht dagegen an spiel einfach mit ok Leo erzählen sie mal von diesem Kampf in den sie verwickelt waren ich weiß noch ich war der kleinste in der Klasse er lacht fröhlich die größeren Jungs haben mich immer gehänselt früher war ich nämlich ziemlich aufbrausend und bin immer mir nichts dir nichts aus der Haut gefahren aber Herr Evrad und sein Bruder sind mir immer zu Hilfe gekommen einmal haben sie den alten Noel Becker so verprügelt dass er am Kopf genäht werden musste er lächelt wieder hinterher hat Noel sich nie wieder mit jemandem angelegt Herr Evrad und Herr Edgar sind wirklich nette Menschen sie sollten sich mit Herrn Evrad unterhalten ich bin mir sicher dass sie gute Freunde werden er ist mit allen Leuten hier befreundet der kleine Mann fängt an zu husten ja das kenne ich was machen sie mit den Containern ach ich mache nur Planen für die Container hier ja ja das mache ich das macht es den Kranführern leichter sie zu finden er deutet auf die Container die sich hinter ihm auftürmen und äh was ist hier los du betrachtest die Berge an Containern die sich hinter ihm auftürmen die Container im Depot sind Wild sind Wildpines Farben entsprechend grün lackiert aber der Berg der sich hinter Leo auftürmt ist ganz rot die Farbe der Gewerkschaft als ob sich eine rote Infektion vom Herzen des Containerdepots nach außen hin ausbreiten würde Wahrnehmung unter den Containerplanen der Gewerkschaft befinden sich anscheinend Tanks ja das sind Tanks Leo hat ihnen jemand gesagt warum sie die Planen auswechseln müssen? nein nicht so genau er zuckt mit den Schultern und fährt fröhlich fort Herr Elfrat erzählte mir nicht alles was wichtig ist meint ich würde alles weiter erzählen was ist denn unter diesen roten Planen? ach das weiß ich leider nicht an wie sollen es Chemikalien sein? ich glaube auf den meisten sind Schilder drauf es sieht nach einer umfassenden Umdekorierung aus Umdekorierungsaktion aus Kim ja einer heimlichen Umwidmung auf sämtlichen roten Containern befinden sich das Logo der Gewerkschaft der Debadeur danke Leo sie waren eine große Hilfe du schießt das Thema ach gar kein Problem gar kein Problem bekräftet der kleine Mann fröhlich arbeiten sie hier? ja ja jeder braucht doch einen Job und das ist meiner ich heiße übrigens Leonard Leonard Black aber alle nennen mich Leo der kleine Mann hebt seine Hand zu einem Willkommensgruß wenn Herr Edgar verreist ist bin ich quasi die rechte Hand von Herrn Everard und wenn Herr Everard verreist ist bin ich die rechte Hand von Herrn Edgar er lacht eigentlich ist ja Fräulein Buford die rechte Hand auch wenn sie eine linke ist er lacht wieder gutmütig wer ist diese Fräulein Buford Buford der Lieutenant sieht zu Leo auf eine sehr hübsche Dame ihre Haut ist wie Schokoriegel von Dudes & Source die meine Frau so mag an denen kann man so schön herumschlecken wenn man sich nach dem Essen neben das Radio setzt wie meine Frau und ich das immer machen aber ich kann nicht immer nur Radio hören hier gibt es so viel zu tun ich habe immer alle Hände voll zu tun damit alles weiter läuft ja ja so ist das äh Augenblick mal wer ist jetzt dieses Fräulein Buford das sie erwähnt hatten ach Lissi die ist wirklich sehr schlau Herr Everard hat sie auf eine feine Schule und so geschickt östlich vom Fluss vier Jahre war sie weg und als sie zurückkam war sie ganz fein und rechts geleert aha für das Wort hat er offensichtlich Respekt ok aber sie ist ein nettes Mädel hier in der Nachbarschaft aufgewachsen kennt alle und kommt mit allen aus eines Tages wird sie mal eine echte Schütze der Gemeinschaft sein da bin ich mir sicher er fährt fort wenn meine Frau und ich ein Kind gehabt hätten hätte ich mich gefreut wenn das Kind wie sie gewesen wäre aber meine Frau kann keine Kinder bekommen oh mein Beileid das sagte Dr. Le Maid Le Maid und die weiß über solche Sachen Bescheid ist schon seit fast 50 Jahren Ärztin erseufzt und verstummt während er dich mit seinem ach so blauen Augen sanftmütig anschaut ok wollte er vielleicht sie heiraten maybe Everard hat also eine Anwältin namens Fräulein Buford ausbinden lassen interessant ich finde dass wir gute Arbeit leisten Leo ja hier läuft wirklich alles wie geschmiert machen sie weiter so Leo der Lieutenant schenkt dem kleinen Mann ein Lächeln ach vielen Dank das bedeutet mir wirklich sehr viel dass sie das sagen du hättest es du hättest es nicht für möglich gehalten aber sein Lächeln wird sogar noch breiter oh wie schön manchmal habe ich das Gefühl dass manche Leute nicht sehen wie sehr ich mir den Hintern für sie aufreiße aber sie sind schon in Ordnung äh was mit dem Container dort drüben ach der er prachtete den Container soweit ich weiß müsste der leer sein in vielen Containern ist nichts drin die warten nur darauf beladen zu werden ok ich suche den Anführer der Hafenarbeitergewerkschaft ach sie meinen Herrn Everard er ist wirklich ein sehr netter Mann na ja ja er und sein Bruder sind beide sehr nett sie wohnen schon ihr ganzes Leben lang hier in diesem Viertel er hustet und fährt sofort fort Männer wie Herr Everard und Herr Edgar sein Bruder sind wirklich gute Menschen sie haben Martin nächstes zu dem gemacht was es heute ist ich bin mit Herrn Everard und Herrn Edgar zur Schule gegangen als wir noch klein waren jetzt mal langsam Leo ich will doch nur wissen wo ich den Mann finden kann ach Herr Everard ist da wo er immer ist in seinem Büro natürlich er zeigt auch die zwei miteinander verbundenen Container rechts von dir ah sehr gut ok ich gehe dann mal wieder tschüssi tschüssi er setzt seine Arbeit fort ja dann gehen wir mal in diesen Container rein hier niedrige Moral dann investiere Punkte in Willenskraft ist ja richtige ich meine es ist ein Container scheinbar auch ein Ding so aufgebaut dass es wie ein Büro ist ne gut ich würde sagen an der Stelle beenden wir erstmal diese Folge wie es weitergeht erfahrt ihr dann in der nächsten Folge logischerweise also bis denne Cheerio hooo